Wo kommst du denn her? Möchtest du diese Abmoderation machen? Hier ist der kleine Cat-Content. Das soll ich doch hier gar nicht drin sein. Könnt ihr sie sehen? Oh, jetzt ist sie an der Nähmaschine. Komm mal ins Bild, wenn du schon hier rumwachst. Da. Ein Cat-Content. Ups. Sollte nicht hier sein, wird jetzt auch von mir entfernt. Manni, nee!